Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 7. April Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Kommt her und seht die Städte, da der Herr gelegen hat. Matthäus 28, Vers 5 und 6 Dies dunkle Felsgrab, dem der Deckel fehlt, erscheint uns wie ein aufgesperrter Rachen des Todes. Aber welch ein lächerlicher Rachen! Er hat zugeschnappt und hat eine wertvolle Beute erhascht, den Sohn des lebendigen Gottes. Doch er hat ihn nicht festhalten können, die Beute ist ihm entgangen. Aufgesperrt und dümmlich liegt er da im Licht des ersten Ostermorgens. Das erinnert an eine Geschichte, die man sich in Israel erzählte. Sie handelt von einem jungen Mann, Tobias. Auf einer gefährlichen Reise wird er von einem Engel geleitet. Am Flusse Tigris angekommen, zieht Tobias seine Sandalen aus und kühlt seine Füße in den Fluten. Plötzlich fährt ein riesiger Raubfisch heraus und will ihn verschlingen. Erschrocken schreit der Mann, »O Herr, er will mich fressen!« Aber der Engel ruft, »Ergreife ihn an den Flossen und ziehe ihn heraus!« »So tut Tobias.« Da zappelte er vor seinen Füßen. Wie sperrte der böse Fisch enttäuscht sein gewaltiges Maul auf. Der Raub war ihm entgangen und er selber war zur Beute geworden. So ist es mit dem Rachen des Todes. Jesus ist auferstanden. Die Beute ist dem Tode entgangen. Er selbst ist zur Beute des Lebensfürstens geworden. Welch eine Botschaft! Wohl schreckt uns je und dann der Tod und wir schreien entsetzt, er will mich fressen. Doch dann dürfen wir auf den Auferstandenen Jesus schauen und glauben. Ein Spott, der Tod, ist geworden. Herr, wir danken dir, dass du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020